Das Elend der Völker Einstmals weilte der Erhabene im Lande der Magada in Matula. Dort nun redete der Erhabene und sprach so. Ein Mensch nahm von anderen etwas nicht Gegebenes in diebischer Absicht. Den ergriffen sie und brachten ihn vor den König, den gesalbten Fürsten. Dieser Mensch, o König, hat von anderen etwas nicht Gegebenes in diebischer Absicht genommen. Auf diese Worte sprach der König, der gesalbte Fürst, zu jenem Menschen so. Ist es tatsächlich wahr, lieber Mann, dass du von anderen nicht Gegebenes genommen hast in diebischer Absicht? Es ist wahr, o König. Aus welchem Grunde? Ich habe nichts zu leben. Da nun, ihr Mönche, ließ der König, der gesalbte Fürst, diesem Menschen Geld geben. Von diesem Gelde, lieber Mann, unterhalte du dich selber, ernähre Vater und Mutter, ernähre Weib und Kind, richte dir ein Geschäft ein, spende Gaben an Büßer und Brahmanen, fördersame, heilsame, wohl sich lohnende, zu Himmels Leben führende. Ja, o Herr, erwiderte da ihr Mönche jener Mensch dem König, dem gesalbten Fürsten. Und auch ein anderer Mensch, ihr Mönche, nahm von anderen etwas ihm nicht Gegebenes in diebischer Absicht. Den ergriffen sie und brachten ihn vor den König, den gesalbten Fürsten. Dieser Mensch, o König, hat von anderen etwas ihm nicht Gegebenes in diebischer Absicht genommen. Aus welchem Grunde? Ich habe nichts zu leben. Da nun, ihr Mönche, ließ der König, der gesalbte Fürst, diesem Menschen Geld geben. Von diesem Geld, lieber Mann, unterhalte du dich selber, ernähre Vater und Mutter, ernähre Weib und Kind, Richte dir ein Geschäft ein, Spende gaben. Und es hörten ihr Mönche die Leute. Alle diejenigen, heißt es, die von anderen nicht Gegebenes in diebischer Absicht nehmen, denen lässt der König Geld geben. Daraufhin kam denen der Gedanke, Sollten nicht auch wir von anderen nicht Gegebenes nehmen in diebischer Absicht? Da nun nahm wieder ein Mensch von anderen nicht Gegebenes in diebischer Absicht. Da nun, ihr Mönche, dachte der König, Wenn ich jedem Einzelnen, der von anderen nicht Gegebenes nimmt, Geld geben werde, So wird diese Unsitte sich ausbreiten. Sollte ich nicht bei diesem Menschen gründlich den Riegel vorschieben, Ganze Arbeit machen und ihm den Kopf abschlagen lassen? Da nun, ihr Mönche, befall der König, der gesalbte Fürst seinen Leuten, So bindet denn, sage ich, diesem Menschen mit einem starken Strick die Arme fest auf den Rücken, Schert ihn kahl, führt ihn unter kurzem Trommelwirbel von Straße zu Straße, von Platz zu Platz umher, Geht dann aus dem südlichen Stadttor hinaus, Und dort, im Süden der Stadt, schiebt gründlich den Riegel vor, Macht ganze Arbeit, Schlagt ihm den Kopf ab. Und es hörten, ihr Mönche, die Leute, Alle diejenigen, heißt es, Die von anderen nicht Gegebenes in diebische Absicht nehmen, Bei denen schiebt der König gründlich den Riegel vor, Macht ganze Arbeit, Lässt ihnen den Kopf abschlagen. Daraufhin kam ihnen der Gedanke, Sollten wir uns nicht scharfe Schwerter besorgen Und mit diesen, bei denen, Denen wir nicht Gegebenes nehmen in diebischer Absicht, Gründlich den Riegel vorschieben, Ganze Arbeit machen, Ihnen den Kopf abschlagen. Sie besorgten sich nun scharfe Schwerter Und gingen daran, Dörfer zu berauben, Gingen daran, Flecken zu berauben, Gingen daran, Städte zu berauben. Und bei denen, denen sie nicht Gegebenes nahmen, Bei denen schoben sie gründlich den Riegel vor, Machten ganze Arbeit, Schlugen ihnen den Kopf ab. So, ihr Mönche, Weil den Unbemittelten kein Geld geliefert wurde, Wuchs die Armut. Weil die Armut wuchs, Wuchs das Nehmen von Nichtgegebenem. Weil das Nehmen von Nichtgegebenem wuchs, Wuchs die Gewalttätigkeit. Weil die Gewalttätigkeit wuchs, Wuchs das Morden. Weil das Morden wuchs, Wuchs das Lügen. Weil das Lügen wuchs, Wuchs das Angeben. Weil das Angeben wuchs, Wuchs die Unkeuschheit. Weil die Unkeuschheit wuchs, Wuchs die raue Rede und müßiges Geschwätz. Weil diese zwei Dinge wuchsen, Wuchsen Begehrlichkeit und Böswilligkeit. Weil Begehrlichkeit und Böswilligkeit wuchsen, Wuchs falsche Ansicht. Weil falsche Ansicht wuchs, Wuchsen drei Dinge. Die Sucht nach Ungesetzlichem, Die Gier nach Unrechtem und falsche Lehre. Weil diese drei Dinge wuchsen, Wuchsen folgende Dinge. Unkindliches Benehmen gegen die Mutter, Unkindliches Benehmen gegen den Vater, Mangelnde Ehrfurcht vor dem Oberhaupt der Familie. Diese Menschen wird heftiger Hass beherrschen, Heftige Feindschaft, heftige Bösartigkeit, Heftige Mordlust, Eines gegen den Anderen, Und zwar der Mutter gegen den Sohn, Des Sohnes gegen die Mutter, Des Vaters gegen den Sohn, Des Sohnes gegen den Vater, Des Bruders gegen den Bruder, Des Bruders gegen die Schwester, Der Schwester gegen den Bruder. Sie werden gegeneinander Empfindungen Gleich wilden Tieren hegen, Scharfe Waffen werden in ihren Händen Zu sehen sein, Und mit scharfer Waffe schreiend Da, ein Tier, da, ein Tier, Werden sie einander des Lebens berauben. Da, ein Tier Untertitelung des ZDF, 2020